und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir die gabin ja wir waren in der letzten nacht eine kleine loot session machen und wir haben jetzt eigentlich also die sachen zusammenbekommen die wir jetzt waschen die wir jetzt verschärbeln können und dadurch eventuell uns denn besorgen können so ja nicht so schlecht wir schnappen uns er macht ja erst um sieben auf das ist aber jetzt blöd wir können aber jetzt aber ich kann mir da nicht so lange dran aufhalten das ist ja komm wir kicken einfach mal ich werde die glücklich an elektro sound anschließen oder ich glaube ich werde die mit dem elektro sound verbinden das ist der beste möglichkeit hat die kommen tun sehen sollen tun tun ich mag tun es ja also wir haben ja quasi so in zwei stellen wo es durchrutschen das ist ja klar und zwar wir haben ja hier eine stelle wo sie rüber rutschen und wir haben ja hier die stelle und vereinzelt kommen die jetzt so hoch hier wie gesagt kommen die ja hier so ne jetzt die kommen ja hier so und dann sind sie ja da und dann sind sie in dem kleid da jetzt habe ich mir so gedacht ich könnte doch eigentlich was nimmt denn das für einen platz sein zwei pro innenseite hier so ich glaube genau in meine spikes rennen also die sind immer noch gut so drei stück das bedeutet aber auch vielleicht hier drei stück dann haben die mich bloß noch hier die möglichkeit hier so ein bisschen durch zu warten und dann die schnätze zu werden das wird aber bedeuten wir brauchen mehr strom die funktionieren das problem ist du kannst nämlich generatoren nicht zusammenknöpern wegen mehr strom und so das liegt nicht das heißt wir müssen kicken dass ich die doch irgendwie noch mal extra schalte pro seite ich muss mal schauen wat dit an strom kostet ach dit ist doch alles moment mal bin ich denn total knarzverrückt knarzverrückt ich hab doch noch oben generator ich bin zu fett ich hab's zufällig fressen ich komm hier nirgendwo ich hab doch letztes mal noch einen generator eingesammelt oder zwei ich weiß nicht die dürfen schon mittlerweile zwei sein oder so die müssten eigentlich oben in der kiste die ist da genau und wenn ich bitte jetzt mal hier so provisorisch ran tacker ich brauche noch ein verbindungsgelet so wenn ich das hier ran nahe könnten den spucker weg machen ist aber auch erst mal ein testet ist nie ist nie so schlimm so knack ich das da ran dann knack ich das nach unten und dann knackt das im besten fall und ja ich weiß dass da auch noch dings ran müssen aber ich hab die falsche taste gedrückt wieder mal so jetzt sind bitte die richtige taste karbin das ist genau schön machst du dit jetzt da unten kann ich das funktioniert doch so so und dasselbe jetzt nur mal auf der anderen seite ich glaube da wird ganz schön fülle stromkosten strom ganz schön viel ne blödsinn ich brauch doch keine batterien ich brauch doch motoren das ist jetzt leider nicht hab ich will bloß mal probieren ich will bloß mal probieren das wird nüscht Wir brauchen Motoren. Uschi, habe ich nicht vergessen. Keine Panik. Äh. Öl? Jo. Also. Aber erstmal zum Händler. Äh. Ich werde erstmal hier alles entsorgen. Was ich nicht brauche. Das könnte inzwischen Sekunden dauern. Das ist, äh. Aber ihr kennt das ja. So. Oh, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Steine brauche ich nicht. Das kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Das kommt da ja nicht rein. Wo habe ich das jetzt? Das kommt da raus. Verkauft. Brauche ich. Das kommt da rein. Denn, äh. Das ist Preisen. Das schmeiß ich jetzt darin. Ich muss mal langsam anfangen hier. Da ist noch einer. Ich sag vor. Entschuldigung. Ich hatte zwei Stück. Ja. Ja. Zwei Stück hatte ich davon. Ich idiot. Ich habe die ganze Zeit das Zeug laufen lassen. Und da ist... Da ist nichts drin gewesen. Das ist, äh... Naja. Die Feder kommt da noch rein. Ist jetzt auch zu spät. Sich da zu rüber... Äh, darüber zu mokieren. Bringt ja alles nichts. So. Das kann weg. Das wird eingeschmolzen. Irgendwann mal, wenn ich dran denke. So. Das wird verschärbelt. Das sind Mods. Das wird versch... Das kommt darin. Das kommt darin. Das, 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 das. Äh. 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 Das kommt darin. Das kommt darin. Das, das. Da. Da, da, da. Dö, 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 dö. Da, da. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. So. Munition. Das kommt darin. Oh. So. Was kann ich denn? Das muss... Das liegt, dass ich das aus Versehen auch noch verdicke. Das würde ich nämlich hinkriegen. Das ist, äh... Ja. Das würde ich schaffen. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Halt. Da. Denn da. So. Was kann denn eigentlich hier raus? Ich will mindestens eins davon drin haben. Ich lasse. Das ist gar kein Problem. Davon habe ich jetzt die. Die kann weg. Warum habe ich die drinne? Ich weiß es nicht. Und ich sollte die reparieren, bevor ich sie verkaufe. Ich nehme ich mehr Schotter. Ich sollte alle das reparieren. Das lohnt sich nämlich richtig, wenn du das reparierst. Also. Jetzt sind es zwei. Bloß es zwei Ocken, die du mehr kriegst. Das ist schon es zwei. Das ist schon... Das ist, äh... Viel. Das ist schon viel. So. Das werde ich später dann nochmal aufwerten. So. Ist das überhaupt sortiert? So. Das kann auch weg. Das kann ich später alle dann aufwerten, so wie es sein soll. Komponenten kommen darin. Zack, 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 zack. So. So. Das kann da auch rinnen. Also langsam, aber sicher Satirik. Und ich schinde ein bisschen Zeit. Also ich meinte, dass wir eben halt nicht zu früh da stehen. Wie stehen wir denn dann da? Das ist nicht schön. So, aber der Rest ist eigentlich brauchbar. So, dann werde ich das nochmal schnell reparieren. Ich hab so ein guter Gefühl. Ich hab so das Gefühl. Als ob wir heute Uschi kreieren. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Ich hab so ein bisschen, dass ich das trinken verjessen hab. Sonst. Ihr wisstet doch. Der ist nie so ist, äh, ist nie so sein Fall. raushalten und so Wasser. Dit kann mein Du noch nie. Hä? So. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir trinken einfach ein bisschen Wasser. Das wird schon reichen. Ich trinke jetzt 30 Stück. Sag mal, wenn du zu viel Wasser trinken tust, äh, in wahren Leben ist es ja so, denn kannst du ja, wenn du zu viel Wasser trinken tust, kannst du ja eine Vergiftung kriegen. Eine Wasserverhiftung oder so. Irgendwie hieß das denn, ne? Dit interessiert das Spiel ja nicht, wa? Du kannst dir hinter der Binde kippen hier. Als ob es keinen Morgen gibt. Reulen. Es ist Morgen. Tch, oh, Alter, die 10. Eingeklemmt. Oh, 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 oh. Schmerz. Ja, wie gesagt, der wird noch mal weiter dauern. Und ich bin echt dran überlegen, ob ich das komplett durchziehe. Ich weiß, das ist übertrieben. Das wird auch 1 oder 2 Benzinkosten. Wahrscheinlich wird das auch ja nicht so motormäßig, äh, reichen. Aber ich werde das trotzdem machen. Und warum tue ich dette? Weil ich det kann. Mhm. Das war aber kein fließender Übergang. Alter, hier ist schon wieder Loot drin, ne? Ja, nicht überall. Verstehe ich auch nicht. Weil hier sind wir ja öfters mit Auto, ähm, äh, mit Auto. Mit Karre lang. Eigentlich hätte ich da... Oder ich habe es einfach nicht gelootet. Das ist auch sehr wahrscheinlich. Ich verrate das aber kein. Ja, wie gesagt, die Rucke und die Zucke, das ist in 7 Days so. Da kann ich auch nichts mehr machen. Das ist, äh, wie gesagt, also... Wurde ja auch von euch bestätigt. Also, bei euch ist es ja auch... Wie gesagt, vereinzelt. Ich... Keine Ahnung, warum das so ist. Bei manchen löftet er. Bei anderen, die haben im Teil Probleme. Und wie gesagt, ist ja, äh... Ich habe ja jetzt CPU schon ausgewechselt. Ich habe verschiedene Grafikkarten. Mainboard. Ich habe ja fast komplett eh mal den PC ausgetauscht. Das Spiel mag mich einfach nicht. Aber ich lasse mich einfach nicht unterkriegen. So nicht 7 Days. Na? Ich bin't. Ich will mir heute was abholen. Äh. Wenn möglich. Schön. Behaltig. Das kann weg. Kann weg. Weg. Jetzt wahrscheinlich nicht bereuen. Vielleicht nicht. Ich will gar nicht. Tsching. Ich mag mit dir ruhig. So. Wir haben jetzt so 30.000. So. Wo ist er denn? Das Ziel meiner Begierde. Ich mache jetzt keine Witze. Also, äh... Das finde ich jetzt... Da ist er. 38.000. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Das war vorher nie so. Jetzt hat er schon gelangt. Ey, du. Was stimmt mit dir nicht? Ich müsste eigentlich einen Rucksack haben und dir das fressen und trinken interminös einführen. Mit Nadel. Das ist doch schon bei dir eine Fresssucht. Hallo. Hab da... Bisse Pfand? Pfand? Hallo. Ich brauch Pfand. Das ist doch mit dir nicht normal. Auch voll normal. So. Gut. Wir werden noch ein bisschen looten. Hab ich gerade beschlossen? Nicht, weil das Spiel das sagen tut, weil ich das will. Ich mag looten. Das ist... Lass mich durch, Alter. Krieg ne Krise. Krieg Komplexe. Ja, ich kann das ab und zu hoch. In die Kopf. So. Ich seh ja hier überhaupt nichts. Ist ja dunkel wie Arsch. So. Was haben wir hier? Gläser. Pfand? Ich hättet mal nie sagen sollen. Ich krieg echt... Ich muss ja auch den Teufel ankommen machen. Ich seh schon kommen. Ich krieg hier bloß noch Glas. Ich hab's gesagt. Ich wollte es so haben. Äh... Beschwer dich jetzt nicht, Carbin. Ist da jemand unten? Ich komm jetzt runter. Ja, ist sie da. Kopf, ziel und voll den Arsch. Wird überbewertet. Wups. Das hat sie ziemlich hohl angehört. Da ist nisch drinne. Da kannst du nisch versauen. Lass mir doch die Munition ausjagen. Bis ja nie wieder passieren konnte. Wie kommt er es her, Kapitän? Hallo. 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 Es ist eine Treppe. Sie führt nach unten. Ich pack mal den Ballerin aus. Im Schritt... ...in der Ome. Das ist ein Bruder. Schwester. Bleib mal liegen. Wie denn? Wie denn? Genaro. So ist richtig. So, warte mal. Hier ist doch... ...ein paar Stack gewesen. Genau da. Das werden wir uns mal gleich gönnen. Es fehlt uns ja nicht viel. Alter, ist das eng hier. Muss ich vorsichtig sein, so bleib ich mit dem Hintern hängen. So. So. Überrasche mich. Die habe ich so noch nicht. Ich glaube, ich habe die bloß auf gelb. Pack ich mal da unten hin. Wie eine Schlange. Hallo. Gut. Hier ist alle tot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich alles verscherbeln. Das bringe ich alles an Mann. Oder Frau. Whatever. Ich werde das schon los. Außer das. Warum er das nie will. Ist doch drehschick. Ist doch auch Mode. Der ist einfach nicht Mode. Da könnte ein Rezept sein, was ich brauche. Ist es aber nicht. Das könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Das habe ich jetzt. Das wollte ich nicht. Sorry. Tut mir leid. Knie. Auf die Schuhe. So. Auf die Schuhe und eine Büchse. Hört sich an wie ein Western. Hört sich an wie von Bud Spencer. Für eine Handvoll Bohnen. Hört sich an wie von Bud Spencer. Ach ja. Hallo. Da ist ein Weg. Da muss ich durch. Oh Alter. Meine Füße sind eigentlich scharfen. Das ist kein jute Zeichen. Psst. Oh, die schläft. Psst. Die schläft. Jetzt schlafen alle. Sollte eigentlich sein. Ja. Eben im Kreis. Die ganze Arbeit finished. Finished. Ich fühle mich so verarscht. Na ja. Ich wundere. Dass hier nichts ist. Warum ist das? Tick. Tick. Ich verstehe. Aber wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier irgendwas übersehen. Irgendeinen Durchgang? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich komme von draußen. Nuf. Druf. Ich glaube, hier war irgendwo genau da. Wo ist das denn da? Ich habe es hier spürt. Ich spüre das. Aber hier ist nichts. Hier ist nur Bada-Bum. Und? Bada-Bum? Oh. Nee. Na ja. Gut. Ich glaube aber nicht, dass das reichen tut für Oschi. Das, was wir jetzt gefunden haben. Ich verscherbe das mal schnell. Ist ja um die Ecke. Rit. Ich will die unbedingt heute haben. Also das ist heute mein Druckdus. Das ist. Ich lass die Quest sein. Bis ich Oschi habe. Das ist mir. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Haha. So. Äh. Warte mal. Ja, ja. Ja, ja. Ist doch gut. Ich muss das erstmal alles hier. Wie gesagt. Reparieren. Das macht Schotter. Ach. Das hätte ich gerne reparieren brauchen. Äh. 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 Kruzifix. Ich sag das. Und mach genau das, was ich nicht machen wollte. Muss da. Muss dat denn sein. Das kann ich mir nicht verkaufen. Kann ich, aber er will das nicht. Er ist ihm halt sehnerisch. Was soll ich machen? Soll ich ihm eine Knarre vor der Brust halten? Ich kann keinem zu seinem Glück zwingen. So, was habe ich jetzt da? Tut mir leid. Du musst weg. Ich hab's ja. Pass auf. Ausverkauft. Ich würd den erschießen. Ich hab's ja. Hau rein. Wir werden uns erstmal eine Weile... ...morgen. Vorsichtig, Junge. Und das ist noch eine Eisentür. Hallo. Hallo. So nah und doch so fern. Ich hab dich vermisst. Für Familienfoto. Äh, Album. Ich hab's ja endlich, Villa. Es hat so lange gedauert. Ich hab das jetzt mit dem Ziel verbraucht. Ich wollte eh Benzin holen gehen. Das können wir gleich mal verbinden in der nächsten Folge, wa? Ich mach das schon mal in Markierung. Ich hab meine Oschiwela. Das ist schön. Ich muss da hinten hin. Da. Oschi? Bist du bereit? Und wieselt es? Auf, auf unter Ronny. Ja, Leute. Also, wir werden in der nächsten Folge ein bisschen Benzin holen gehen. Und, äh... Dann machen wir mit den Questen weiter mit Oschi. Die ist jetzt wieder da. Hoffentlich ist es nicht so störrisch. Also, bis denn. Ich bin dann erstmal raus. Tschö. Tschö.